Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder ein bisschen was anderes, denn Pumpen bzw. Krafttraining ist ja nicht alles. Es geht heute auf den Tennisplatz und da werde ich mit einem Kumpel ein bis zwei Sätzen spielen. Wir sehen uns gleich auf dem Tennisplatz. Viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt auf dem Platz und machen uns kurz warm und danach fangen wir an mit dem Spielchen. Okay. Oh, ich kann es aber reißen. Oh! Oh! Ah! So, das war's mit dem Video, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ciao!